Die Geisterfrau auf dem Felsen am Meer Bei Bang San gibt es einen Felsen, der heißt Sammuk, der Fels mit den drei Zinnen. Wenn man ihn von vorne sieht, erkennt man nicht, ob er auf dem Lande liegt oder sich aus dem Meer erhebt, von welcher Seite man sich ihm auch nähert. Immer sieht man seine drei Zinnen und daher trägt er auch den Namen Sammuk. Oben auf dem Felsen steht ein Geisterhäuschen, genannt der Schrein der Mutter Sammuk. Die Bauern verehren den Geist der Mutter Sammuk sehr, denn er ist von großer Zaubermacht. Die Geschichte aber, die man sich über sie erzählt, lautet so. Vor langer Zeit lebte in der Nähe des Felsens eine Jungfrau von außerordentlicher Schönheit. Diese Jungfrau war in Liebe verbunden mit einem Lüngling. Dem Sohn eines reichen Mannes. Sie selbst aber war arm. Das war der Grund, weshalb die Eltern des jungen Mannes sie mit ihrem Hass verfolgten und warum sie ihm nicht erlaubten, sie zur Frau zu nehmen. Der Kummer und das Herzleid, das die Jungfrau darüber empfand, machten sie schwermütig. Und weil ihr nicht gelang, ihre Liebe zu dem Jüngling zu bezwingen, entschloss sie sich zu sterben. Von einer Klippe des Felsens wollte sie sich hinabstürzen. Damals umspülte das Meer noch den Fuß des Felsens und als sie hinabgesprungen war, da trieb ihr Leichnam ans Ufer und ihre Seele nahm Wohnung auf den Dreizehnen. Die Fischer und Bauern erzählten sich Wunderdinge über den Geist der toten Jungfrau. Auf dem Felsen gab es einst eine Höhle, darin lag verborgen ein Schatz. Silberne und goldene Schüsseln standen da in Reihen, Becher und Schalen aus feinstem Porzellan und herrliche Gläser. Dies alles gehörte der Geisterfrau. Wenn die Bauern kamen, um sich für ihre Festlichkeiten dies und das von ihr zu borgen, so gab sie es gerne hin. Dann mussten Bauern zu der Höhle kommen, ihre Kerzen anzünden und sagen, was sie von ihr haben wollten. Die Herren gab ihnen, was sie auch verlangten, doch mussten sie versprechen, alles wieder vollzählig zurückzubringen. Sonst würden sie nichts mehr von ihren Schätzen hingeben. Damals waren die Bauern noch ehrliche und reine Herzens. Sie folgten treu den Geboten und was sie sich geborgt hatten, das brachten sie auch stets wieder zurück. Nicht einer brach sein Versprechen. Einmal kam aber ein Bauer, der hatte ein geiziges Herz und beneidete die geiste Frau um ihren Besitz. Was er sich geborgt hatte, behielt er für sich und brachte stattdessen ganz wertlose Gegenstände zurück. Da ergrimmte die Herren und verschloss den Mund der Höhle und niemand hat jemals etwas von ihren Schätzen gesehen. Ihre Macht offenbart sie seither nur noch den Fischern. Wenn jemand an ihrem Felsensitz vorüberfährt und vergisst, zur Anbetung auf die Knie zu fallen, vergisst, das Geisteropfer zu vollziehen, dann wird ihnen der Monsun auf dem Meer überfallen. Der Sturm und die Wellen werden die unerbietigen Fischer in ihren Booten durcheinander schütteln und von Glück können sie sagen, wenn sie je das Ufer wiedersehen. Will der Schiffer also guten Wind haben, so muss er einen Speiseopfer darbringen. Braucht er eine glatte und windstille See, so muss er Kokosnüsse opfern. Dann wird die Herren seinen Wunsch erfüllen und darauf Acht geben, dass sie keine Gefahr auf dem Wasser ereilt. An klaren Tagen und Nächten vernehmen die Bauern in den Dörfern ringsum leise Musik, die von den Dreizehnen kommt. Und manchmal sahen sie auf der Spitze des Felsens ein helles Licht erstrahlen. Dann schenkt die Herren Glück einem jeden, der ihr Licht leuchten sieht.